St. Galler spielt in der gewohnten grünen Weis von rechts nach links in der ersten Halbzeit. Das Spiel geht los. St. Gallerinnen probieren es erst einmal durch die Mitte durch die Türe zu tanken. Das ist die Vorteil-Trifte. Ronja Boeni kommt zum Abschluss und trifft die Latte, so wie ich das richtig sehe. Ronja Boeni kommt nach einem Zusammenprall. Man muss das eigentlich sagen und dann kommt dann auch die Nächste raus. Serena Lipouma nimmt das Reisen mit. Jetzt mal über die Seite. Und jetzt ist es Serena Lipouma, der zum 1-0 trifft. Das Zuspiel ist von Ronja Boeni. Serena Lipouma, eiskalt vor dem Goal, lässt Janine Koretic keine Chance. 42. Minute, 0-1 für den FC St. Galler-Stadt. Jetzt kann ich dafür einmal etwas durchsetzen. Auf der linken Seite viel Platz. Der Ball kommt auch. Nicht so schlecht. Jetzt noch einmal einen Ball in die Mitte durch Janine Koretic. Das Spiel ist fertig. St. Galler-Stadt gewinnt den ersten Test im österreichischen Alltag mit knapp 1-0.